Musik Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. Musik This day we set upon a mighty endeavor. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Musik Our sons, the pride of our nation, lead them straight and cruel. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Musik Paul, wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen, der es Käpt'n von einem gottverdammten Football-Team? Aber ich hab in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich hab Sassman in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Charles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auch seit Kassarin. Sassman dreimal in zehn Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassman. Okay. Warum nicht? Ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Poker-Runde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pot. Okay. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst in den Baden, verdammt das! Aiello hatte Kraft für zwei Männer. Sagt, man gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstörnig wie Sex. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Äh. Ich hol mir einfach ein Besser. Eine echte Trophäe. Wart's? Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regle das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sashman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert. Bleib nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausdufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit vier Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Orson an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg. Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniel, hast du Feuer? Klar doch. Auf den Boden! Achtung! Achtung! 500 Eilber! Wir müssen abbreiten! Nein, hier führen die Mission los! Den drängen uns rein! Wir sind abgetrieben! Ich will die Lankwarten nicht! Wir haben den Hotel nicht gehört! Vollgas! 2. 1. 4. 2. 2. 2. 5. 1. 2. 2. 5. Es geht los! Am 5. Wir haben keine Deckung! Das war ein Gefehlverdammt! Öffnen! Kommt runter und immer weiterlaufen! Nein jetzt! Hier nach! Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Burkhard freiräumen! Seid jetzt! Dafür wurden Sie ausgebildet! Nehmen Sie die Bangalore! Sie schaffen das! Ja, Sir! Oh Gott! Servus Leute! Jetzt habe ich endlich mal eine Sekunde Zeit, um kurz Hallo zu sagen! Servus Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal von den Gaming Pros! Mein Name ist Patrick und wir sind jetzt hier am D-Day 1942! Hier geht es ja richtig ab! Deckung zu Deckung! Erreichen Sie die Ufermauer! 80 Meter! Ja, ist schön! Okay, ich kann mal schön in Deckung zu Deckung gehen! Oh, ein bisschen ein G-Nest. Ja, oder? Oh, das ist ja knapp. Okay, ganz erreicht. Was? Wie? Hindert. Achso, kann ich hingehen. Okay. Daniels, nutze die Bangalore. Ich gebe Deckung. Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrunden. Fast geschafft! Zünden, zünden! Stringung! Los, 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 los! Okay, wir sind in der Nestern. Sehr gut. Erstmal geschützt von den MGs. Hier, nimm das! Danke, Kumpel! Leute, es gibt jetzt echt wieder Leben. Okay. Also keine Regeneration. Wir spielen außerdem auf normal. Ich wollte es nicht zu schwer und auch nicht zu leicht haben. Die haben sich hier total eingepunkert. Hier ist ja abnormal. Oha. Zwei Kugeln ist ja Wahnsinn. Was, was? Werfe eine Rausgranate! Scheiße, falsche Taste. Äh, F. Die wollte ich. Achso, Klecks. Wird verwundet. Verwundet! Wir knallen sie überall. Wir sind nur noch zu fünft. Nicht gut. Ein Bunker weniger. Schön. Und die schöne K98. Sichern sie die Bunker um fünf. Okay. Nein. Schade. Oha. Einfach drauf spüren. Egal wohin. Irgendwas trifft. Messerpfand. Mit V, oder? Er ist gesichert. Er ist gesichert. Er ist gesichert. Bewegung! Ich hab keine Ahnung, wie wer Messer hat. Okay. So. Dann gehen wir mal weiter. Alle Bunker sichern. Dass unsere Jungs sicher landen können. So, wir sind im zweiten Bunker. Was ist das hier? Wir haben eine Kranate! Wir haben eine Kranate! Hat nichts gemacht. Wie haut man? Irgendwas? Smokes? Ah, mit E. Alles klar. Fünf Kugeln. Ohne Waffe werde ich gerne ankommen. Boah. Das war knapp. Aufmerksamkeit. Aber da muss ich ewig nachzuladen. Lade doch nach. Klappe. Das ist ihr Feindleger. Teuer. Das ist der Bunker gesichert. Weiter. Da los. Alle raus. Bunker gesichert. Vielen Dank.